Was sind die neuesten Technologietrends? Zu finden sind sie alle auf der CES-Messe in Las Vegas. Tausende Tech-Unternehmen stellen ihre neuen Erfindungen vor. Das große Thema dieses Jahr ist die künstliche Intelligenz. Neurologic zum Beispiel verspricht nur anhand eines Selfies, ihnen sagen zu können, wie es um ihre Gesundheit steht. Künstliche Intelligenz wird auch im Weltraum eingesetzt. Regierungen sind sich unterdessen uneins darüber, wie künstliche Intelligenz reguliert werden soll. Auf der Messe werden viele neue Gadgets und Produkte vorgestellt. Manche werden im Laufe des Jahres ihren Weg zu den Konsumenten finden. This massager is not just massaging the body, but it also strengthens my core because it has the first technology to move my two legs independently. Such technology will be widely available at CES this year, which expects to see 130,000 attendees. This is Pascal Davies reporting for Euronews in Las Vegas.